Hi Leute und willkommen zurück zu Legend of Zeldas Echoes of Wisdom. Wir machen weiter. Ich bin schon mal in sein Laborhaus reingegangen. Verstehe, ihr habt alle Risse geschlossen, aber der König und Link bleiben weiterhin verschollen. Ach, eure Majestät, wo seid ihr nur? Wir wollen jedoch nicht eure Erfolge kleinreden. Es ist euch gelungen, die großen Risse in den verschiedenen Regionen zu schließen. Jetzt gibt es nur noch einen großen Riss, den im Schloss Hyrule. Einen Riss also, der euch beide und den König verschlungen hat. Gah, eine Schande, dass seine Majestät immer noch hilflos und allein in einem Riss steckt. Und während wir hier herumstehen, können unsere Doppelgänger sich ungestraft im Schloss austoben. General Dex. Ja, Hoheit, Werte, Luberi, Ministerin, Sinistra. Als General des Königreiches von Hyrule kann ich keine Sekunde länger stillhalten. Hä? Ja, aber was sollt ihr denn sonst tun? Handeln. Ich marschiere jetzt ins Schloss Hyrule und enttarne diese Hochstapler. Abmarsch! Aber General, also wartet doch. Und weg. Aber zurück zur Sache. Ihr habt Link noch nicht gefunden. Wir können nur hoffen, dass es ihm gut geht. Als nächstes wollt ihr nun wahrscheinlich auch nach Schloss Hyrule. Der falsche König trachtet euch nach dem Wesenleben. Also seid auf der Hut. Ähm. Hatten wir nicht? Doch, haben wir. Ähm. Ich würde das Schwert gern stärker machen. Und ich will gucken, ob es dann mehr in Richtung Master Sword aussieht. Es verändert sich wirklich im Aussehen. Okay. Dann kann es hinterher vielleicht so etwas Master Sword werden. Sehr schön. Okay. Ähm. 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 Also wir haben hier noch. Ist das die Ranch, wo wir eigentlich Epona bekommen würden mit Link? Hier ist so ein Windmühlendorf. Hier müssten... Wie heißen die? Auch irgendwas mit G. Ich weiß diese Rasse. Ähm. Koronen müssten hier, glaube ich, sein. Schloss ist klar. Friedhof. Ähm. Irgendwelche Minen. Ja, keine Ahnung, ob man hier noch was aufdecken kann oder ob das so zubleibt. Ähm. Hier rund... Ja, hier können wir runter. Ähm. Hier ist so ein Herzsee. Ähm. Diese Pflanzen... Dinger. Okay. Ähm. Ja, ich will eigentlich nicht direkt zum Schloss. Ich will eigentlich noch ein bisschen erkunden. Wir gehen erstmal nach rechts unten. Wenn wir da schon hin können, irgendwie schon mal so Teleporter holen oder irgendwie sowas für später. Das wird ja safe noch Gebiete sein, wo wir hin müssen. Ähm. Lass mich durch. Lass mich. Lass mich. Lass mich. Lass mich. Außerdem müssen wir noch Stempel suchen. Nein. Lass mich. Okay. 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 Da ist noch ein Fischi. Da ist ein Fischi. Aha, noch eine Höhle gefunden. Höhler See. Mal gucken. Ah, guck mal. Feen gibt es hier. Gibt es hier auch die große Fee? Ja. Ja, guck mal. Ja. 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 okay die große fehlende mode fehl ich gehe gleich smoothies machen und wieder kommen wieder her das nächste kostet 500 ok okay die große fehlende mode fehlende jetzt haben wir hier drei slots und das sieht aus als wenn wir noch mal mindestens drei bekommen können oder als wenn die noch dreimal runter geht ok schwimmen weil wir da gerade sind mehr zutaten auf jeden fall energie ich würde sagen da passen mindestens noch drei slots hin ok das ist nice dann sammelt man dafür eigentlich rubine tut mir leid ich brauche rubine hey sammeln mir rubine ja 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 na guck mal noch ein stempel gefunden ok geht nicht lang genug kommen wir hier hinten dann irgendwo hoch ok ja 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 Ich glaube, ich sollte hier noch nicht sein. Die sind, glaube ich, nochmal eine Stufe höher. Oder? Nee. Ich habe ihn seinem Herz rausgerissen. Au. Schwert. Moment, ich habe nicht mal den Stufe 1. Ähm. Los, gib ihm. Ins Gesicht. Sehr gut. So, und hier jetzt 1000 Rubine, dass ich mir nochmal ein Upgrade holen kann. Na, fast. Es ist fast 1000 wert. Okay, wir haben einen schönen starken Kämpfer aber jetzt. Und hier, wenn wir dann da wieder runterkommen, besuchen wir uns hier einen Teleporter und dann gehen wir auch wieder. Wir wollen ja noch nicht zu viel gespoilert haben. Firone, Sümpfe. Okay. Kann ich dich da mitnehmen? Kann ich dich werfen? Warum kann ich dich werfen? Ne? Okay, 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 okay. Ne, 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 ne. Ich wollte schon mehr. Ne, ne. Wenn wir hin müssen, haben wir schon mal einen Teleporter. Das reicht mir erstmal. Ich würde gerne gucken, ob das halt die Ranch ist. ob wir da ein Pferd bekommen. Das wäre sehr, sehr nice. Ich glaube nicht, dass wir das Schloss fertig machen können. Wäre ja Quatsch. So, jetzt einfach rüber, wenn es geht. Ähm. Blut. Bitte machen Sie den Wolf fertig. Der Wolf ist ganz schön flink unterwegs. Wolfos. Hilf mir. Mach ihn fertig. Ne, ne. Was war das denn? Das ist Wolf. Du Vogel, komm hier runter. Danke für die Energie. Danke für die Energie. Jetzt. Also, ob Link nicht trifft. Kauaii. Kauaii. Können die noch mal raus spawnen? Ich brauche noch mal Energie. Nein? Okay. Ja, Rubine. Hier. Hier beim Schloss war, glaube ich, auch nirgends von Teleporter zu sehen. Oh, nicht. Okay. Okay. Den Weg frei. Noch ein Stempel. Und... Es darf zum Zertrümmern. Ja, es ist die Ranch. Okay, wissen wir Bescheid, dass wir vielleicht ein Pferd hier bekommen könnten. Und es ist ein Milchladen, auf jeden Fall. Machst du Miau? Ja. Und du? Oh, was glitzert da? Ah, man kann ein Rennen hier machen, anscheinend. Milch kostet 50. Die Spieluhr kann man bekommen. Ja, und er hat da eine Quest. Es ist so schade, dass man mit dem Drehen kein Damage macht. Ja, ich gehe jetzt mal. Okay, dann gehen wir jetzt zum Schloss rüber. 500 Rubine. Also mit Smoothies machen und verkaufen, würde ich die 500 Rubine locker zusammenbekommen. Okay, bevor wir den Verrückten da hinterherlaufen, noch mal ins Bett legen, wie ich das finde. Let's go, Abenteuer. Ja, was müssen wir tun, damit ihr uns kloppt? Erkennt ihr nicht mein Gesicht, meine Stimme, meinen gestirten Körper, sich etwa aus wie eine Fälschung? Hör doch mal zu, General. Wenn ihr der echte General seid, dann müsstet ihr doch die Parole kennen. Also los, wie lautet sie? Parole? Der König hat eine Parole ausgegeben, damit wir Hochschlappe erkennen können. Ihr falscher König hat den Leuten eingetrichtert, dass wir die Doppelgänger sind. Gah! Es scheint, als hätten sie uns nach Strich und Faden ausgebotet. Ausgebotet. Das ist... Tja, geschieht euch recht. Selber schuld. Tja, 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 tja. Tja, 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 tja. Tja, 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 tja. Tja, 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 tja Das ist bis hier vorne hin, ja. Warte. Vielleicht irgendwo unter uns. Ja, tatsächlich. Im Bereich unter uns gibt es einen Ort, an dem ich einen Zugang zum Riss öffnen kann. Als wenn wir den jetzt doch schließen können. Okay, die sind zu hart. Sehr gut, sehr gut. Sehr schön. Okay. Das war's für heute. auf in den kampf und kampf vorbei natürlich wieder in den Brunnen hüpfen nichts zum kopieren, aber was zum kaputt machen nix da rein auch nichts zum kopieren also lassen wir mal heilen können euch die ganze Einrichtung zerstören gut festhalten, meine Damen ganze zwei Leute gerettet nö, nö, nö weg oh, Headshot das wollte ich nicht mal hier irgendwas, nein okay, dann in den Brunnen mit uns natürlich natürlich ist der Brunnen zu hoch tschüss was hast du hier zu suchen weg 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Jetzt legt ihr nicht bitte in meinen Nahkämpfer rein, danke. Frech. Da hinten lang, okay. Kann ich noch shoppen? Ähm. Ich war ein bisschen überrascht. Guten Tag. Dass man das nicht umdrehen kann. Warte, gleich, gleich. So. Ich weiß, die geben nichts anderes außer Energie, aber vielleicht droppt irgendeiner doch mal was wertvolles. Mit dem Halunki. So. 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 Was ist das? Kommen sie her, kommen sie ran. Was ist das? Was ist das? Was ist das? So war das nicht gedacht, aber... Da ist noch was, okay. Was ist das? Komm ich wieder zurück? Nö. Können die Vögel das auch? Steht da nicht. Nein! Ich war doch schon drüben. Das ist das Problem, du kannst sie ja nicht loslassen. Hä? Gerade bitte? Gerade, Zelda. Das verschwinden von hier. Geht nicht. Ja. 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 Was ist das? Okay, Schloss Hyrule. Dann haben wir hier unseren Dungeon. Und die machen wir dann weiter im nächsten Part. Bis dahin. Ciao Leute.